Oh, Exxon ist wieder Designer hoch 10 Wird das so schön wie das Haus in der normalen, ne? Ja, sicher Du musst die Tür aber 2 hoch machen, ne? Du bist 2 hoch Äh, 3 hoch, mein ich Was? Warte, warte Äh, äh, äh Bist du an den Karten oder was ist denn los? So Ich lass dir mal ein paar blaue Wolken in der Dings, ne? Nein Ich kenne den eben nicht Was ist jetzt meine? Ich geh mal zu Gimli Ich kann dich nicht reinstehen Gimli Gimli Ja Ja Geh mal auf den Blog, dann kriegst du gratis Diamanten Da war der schon drauf Oh 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 Hier schenke ich dir Danke 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 Ja Danke für nichts Ah, hier sind noch ein paar Bärenbücher Alter Wir können uns einfach die Bärenfarm hoch 10 machen Blaubären? Ja Gummibären Kann man diese Orangenen Bäume auch abörten Ja, ja Und dann irgendwo anders entstehen Ja, die müssen dann aber ein bisschen wachsen wieder Ich glaub du kannst auch wieder so super Orangen machen oder wie ging das? In Team Waxing? Ja So Wie lange nehmen wir schon auf? Schon ein bisschen, ne? Also 7 Ich nehm jetzt mit 30 FPS auf, dürfte aber nicht so einen krassen Unterschied machen Renderst du denn in 60 FPS immer oder? Ne, ne, eigentlich ein 30 Ja, warum nimmst du denn in 60 FPS auf? Ist für mich besser Ja, für dich besser Goldene Sweet Gelee Rit Rit? Ah, was macht das nochmal? Gold sein Sweet Sweet Gelee Okay, ich mach jetzt was richtig Riskyes Was machst du denn gegen die Wandsloch von der Wand? Naja Oh ne, ich hab keinen Hasen mehr, aua Ey, du hast ja die Orangenen Dinger schon abgehörntet Haselnuss Was? Was? Mann, du kriegst das aber auch so schlecht, ey Was? Dieses, äh, gelbe Zeug Ich wollt mir was von dem, äh, Fast Stone oder wie das heißt Fastwood? Fast Stone, ja Fast? Ah, ich hab drei, sechs Menschen Ah, da vorne, da vorne ist was Das hol ich mir Ich brauch ne neue Spitzsacke Ja Ah, äh, wie hieß das? Blitzboden Danke Das ist Blitzboden 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 So Geh das hast du jetzt gesagt Hab ich nicht Fuhuhuhuhu Okay 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 Äh, 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 warte, konnte man am Bosium nicht essen oder so? Nein Ah, jetzt weiß ich was man damit macht Ja, oder so ging das Nein, 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 nein Man kann das auf dem Boden machen Dann wachsen die Sachen schneller Ah, okay Ja, 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 ja Alter, was sind das für Folgen? Wir machen nur irgendwelche dummen Geräusche Das musst du ja auch irgendwie zusammenschneiden Einfach nen Beat draus machen Hauuuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui auch ich habe am brosium bekommen also du bist erleuchtet pass auf nächstes mal dann bist du wieder erleuchtet er kriegt das als ob der der hase auch damage kriegt wenn es nur ein paar blöcke hoch ist er drei blöcke hoch opfer hase oder bewegt sich das generell so eine gebrauchte spitzsachen nein 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 ich habe jede menge essen dabei wie viel jede menge kann ich auch jede menge ja nein also schon so ohne stück ne nein das war das ist das wo man hochfliegt will wieder einen hasen haben oder geht ihr wieder kaputt die gegen die rasen hey karsten wo bist du ich bin auf der grundungstour gewesen wesen wo bist du denn jetzt ich weiß es nicht mehr weil jetzt so eine münze haben wir essen zu hause nein da ist nichts mehr wirklich ich habe aber essen dabei ja das bringt mir nichts wenn du nicht ich bin da ich habe es gefunden das zu hause kannst du diesen sand mitnehmen habe ich schon den blitzboden warte wie macht man noch mal gibt es hier öfen ja es gibt heiliger hier ist auch alles heilige man kann das verbrennen am brosium ja wozu ist das sonst ja du kannst rechts ich mach mal so eine kleine farben okay ja ich könnte mal essen exon ja was wird so orange oder blaubeere orange beere gehe also von jedem orange orange kommt dann auch da das ding raus kommt normal ist ja gibst du mir dann den sand irgendwie oder okay hier ok ok das ist nicht einfach zu besorgen ja ok ok das ist viel zu wenig was soll die scheiß ich sollte sich irgendwas mal richtig machen wenn er nicht so ganz leider dann ist ok blitz bodenglas das leuchtet das leuchtet sogar ach das kann man verkraften ne ja also schmelzen verkraften ja schmelzen ja schmelzen alter das ist voll wertvoll und du schmelzt das einfach schmelzen mal hier der gärtner gärtner schmelzen ja schmelzen wir sind schon die witzigen boys oder total ja jetzt werden wieder die besten episoden hey gimme 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 ein neues haustier ist die kur reingegangen äh wo ist sie hin ich sag mal das ist mehr so naja da war da ist mir ja 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 hab ich jetzt auch dabei wieso ist er ja wenn er jetzt äh lass mich gucken ist er ja fabian hi du machst auch mit ha du hast Fabian getötet lol Was? Ey, lass meinen Hasen. Grand trefft Hase. Brauchst du deinen Hasen? Wie oft hast du den Witz eigentlich schon gebracht? Gar nicht. Noch nie. Ja, willst du jetzt deinen Hasen oder nicht? Ja, bitte. Ja, dann komm her. Nee. Okay, dann kriegst du deinen Hasen nicht. Ich will ihn aber. Ja, dann hol ihn dir. Erst wenn du dein Eis aufgegessen musst. Ist dein Eis, sonst wird es kalt. Die war schon ein bisschen gut. Mann, diese blöde Wolke. Hey, Payne, hast du eigentlich eine View? Nee, ich bin nicht schwul, sorry. Eine View? Eine View? Ich bin nicht schwul, sorry. Hast du eine? Eine View? Eine View? Eine View View? Schau mal an die Zuschauer in die Kommentare, wer eine View hat. Und wer es wieder tun hat. Dann können wir zusammen zocken. Diese neue Werbung. Leute, wisst ihr was? Wenn man ne Tür hinsetzt und sie dann mit der Holzachse abbaut, kriegt man zwei. Geil. Unendlich Türen, wenn du eine gekraftet hast. Alter. Aber auch wenn du sie normal abbaust, was? Kann man nicht einfach nur das Holz hinschellen und wieder abbauen? Schon so ein kleiner Bug, ne? Ja, ist es. Ja, ist es. Auch wenn du sie normal mit der Hand abbaust. Warte. Mach das. Machen wir unendlich Türen. Ja, wozu? Dann baue ich einfach so ein Haus aus Türen. Oh, ich habe keine Spitzsacke mehr. So. Hier ist wieder das komische Gold. Yeah. Ich bin produktiv. Naja, ne? Geht auch. Krieg diesen Haar. Voll für Rohstoffes. Rohstoffes. Man stirbt dann einfach. Kann man eine Tür auf eine andere setzen? Wie ist das aus? Ich weiß es nicht. Nein, das geht nicht. Doch, du dich mal. Vielleicht geht das auch nicht. Ne, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Vielleicht geht das auch. Nein, das geht nicht. Das geht es auch nicht. Meine Spitzsacke ist schon wieder kaputt. Deine Spitzsacke ist kaputt. Kann man eigentlich? Ne, geht nicht. Ist man jetzt so voll schnell an diesem Glas? Mann, Wolke. Fuck. Du bist voll schnell an dem Glas an der Wand. Ist das nicht dieses Blitzboden-Glas? Das und die Mache. Ja. Joll, die kann da durchpusten. Als ob die Wolken einfach durch ein Fenster pusten können. Ja, Gimli, bau mal die Tür ab. Wie lange dauert das? Jetzt hast du Zeit. Ja, habe ich gerade EP für die Türen bekommen? Was? Nochmal. Ne, eins, zwei, drei. Ne. Aber hey, jetzt habe ich vier Türen aus einer. Wir machen einfach so... Wir sollten eine Türenfabrik öffnen. Und die Türen verkaufen. Nein, ich trenne einfach die Zimmer durch Türen. Ja, machen wir so einen kleinen Garten rein. Garten? Kann man mit dieser Holzspitzsacke hier alles abbauen, oder? Kann man sich nicht auch aus dem Stein mit Spitzsacke machen, wo dann alles doppelt mit geht? Nein. Keine Ahnung. Hat noch wer Stein? Nein. Guck mal in die Kiste, du Opfer. Ja, du Opfer. Alter, ja, das sind Pastek. Alter, wie viel hast du gefahren? Gimli ist produktiv, was? Gimli. Carsten passt. Design. Ah, jetzt können wir hier Tiere reintun. Ich baue schon... Alter, Junge. Ja, jetzt können wir Tiere reintun. Das habe ich alles aus einer Tür gemacht. Ja, nice. 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 Bühnchen mit Reis. Leider war der ganz schön heiß. Ist das dein... Das Feuer ist da umgedreht, die Weste ist weiß. Was? What? Aua. Ja. Äh, es wurde übrigens noch gefragt, ob wir noch Leute mit ins Let's Play nehmen. Nö. Warum sollten wir... Äh, der Simon umgespielt, hat er mich angerufen und wollte... Achso, ja. Es gibt schon mal manchmal so ein paar Ausnahmen. Nö, jetzt nicht mehr. Naja, das Problem ist... Naja, das Problem ist... Das Problem ist, wir sind derzeit auf Weltreise und es ist sehr schwer, dass wir halt einfach so random Leute mitnehmen ins Projekt. Ja. Wir produzieren gerade vor, weil wir halt gerade sind, wir in Los Angeles. Ja. Mit dem... Anton. Ich kann zaubern! Nein. 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 Was? Als ob du das nicht kennst, Gimli. Ey, was denn? Als ob du jetzt die Weltreise nicht kennst. Welche Weltreise? Welche andere? Ja, meine. Achso, deine kenn ich ja. Achso, ja. Ok. Da schon. Puh. Von... Von deinem Zimmer bis zum Kühlschrank und wieder zurück. Naja, ich war auch gestern am Balkon. Ah, ok. Krank. Das hast du wahrscheinlich dann in der Folge nicht gesehen, oder? Naja. Alter, weißt du, wie so ein Follow-Me-Around an einem Tag aussehen würde? So, hey Leute, wir kommen zu meinem Follow-Me-Around. Yo. Ja, den ganzen Tag in deinem Zimmer. Ja, ist echt so. Schon geil. Er geht nur zwischendurch aufs Klo. Kannst du deine Kackbürste dokumentieren. Genauso produktiver Inhalt. Ja. Ja. Ich meine, das ist sinnvoller als mancher Content, der hier auf YouTube hochladen wird. Ja. Wie bei Ihnen. Das kann ich wirklich gesagt werden. Geh mal weg da. Ja, ich muss grad noch ne Spitze. Nein. Doch. Ok. 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 Ne, kein Bock. Fuck, jetzt hab ich meinen Pfeil in die Kiste getan. Einfach die schönsten Häuser, die es in Minecraft gibt. Ja, vor allem die Türen gefallen mir sehr gut. Das ist ne riesige Tür, die wird mit Redstone verbunden. Die geht dann dauerhaft auf und zu. Da hat mein schönes Geräusch. Alter. Das ist für die Hintergrundmusik. Ey, hier ist irgendwas blaues oder lilanes. Das kann ich überhaupt nicht abbauen. Mit Holz. Achso. Das ist wie PNB. Mach, äh, geht mit Holz nicht. Probier mal mit Stein. Spitzhacker. Mach der einen. Mach der einen. Achso, das ist Lilane oder was? Ja. War das irgendwie Zanid oder so? Nein! Ja, das hieß so, ja. Als ob ich so ein Gedächtnis habe. Ich werd hier grad... Opfer. 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 Das Beste ist, mein Spawn ist wieder irgendwo. Alter. Was ist mit... Bist du in der normalen Welt? Ja. Hä, was ist mit dir passiert? Ja, also ich war grad so am Bauen. So, ja, ja, Block, Block hier, Block dort. Und dann kamen halt so zwei Wolken von zwei verschiedenen Richtungen. Und ja, dann ist was passiert. Da kam eins zum anderen und da war immer was zu tun. Ja, eins zum anderen, genau. Er hat recht. Anderen. So. Hast du mein Zeug? Ja, ja, ich hab's in die Kiste getan. Warte. Willst du mal ne Steinspitzhacke runterpay? Ich bring noch mehr. Ja, kann ich in einem auch noch machen. Und ne Holzspitzhacke am besten auch noch. Und ne 1000 Euro so. Ja, sollte recht. 1000 Euro. Also was brauchst du? Ne Holzspitzhacke? 1000 Euro. Und ne Steinspitzhacke. 1000 Euro. Und ne... 1000 Euro und ne Xbox. Okay, wo bist du? Unten. Achso, ich seh dich. Deinen fetten Wasserkopf kann man noch niemals übersehen. Waterhead. Oha. Oha. Darüber mach mal keine Witze. Wo bist du? Hä, wie... Bist du in der Höhle oder was? Geh einfach die Treppe da weiter runter, du Esel. Achso. Achso, du meinst da. Achso, Treppe. Achso, das ist die Treppe. Da hast du deinen Scheiß. Hat irgendwer noch zu essen? Nein. Okay, dann baue ich dann langsam am besten den Garten, ne? Garten? Ah. Oh, ein bisschen Gärtnerarbeit. Garten? Man! Nicht zu verwechseln mit Krachten, ne? Äh, krachten. Und gehst du zu den Video-Days-Payne? Äh, nö. Bin ich eingeladen. Echt? Achso, ich bin eingeladen. Und ja. Ich hab dir gesagt, ja. Dann machst du den Video-Days-Payne. Auf der Bühne. Mit unserem Video-Days-Payne. Mit unserem Video-Days-Payne. Es schneit! Es schneit! Kommt einer aus dem Haus! Warum macht V-Payne so schlechte Witze? Problem in der Kindheit. V-H-I-V. watering. Was? H-I-V-Payne ... Darüber mach man keine Witze? Doch. Okay. Du hast es erst jetzt wieder gecheckt. Jaaaaa! Er hat so lang gebraucht. Du brauchst so richtig lang für die ganzen Jokes, ne? Jokes. Jokes. Exxon. Exxon. Ich weiß wieder irgendwelche Clubabend-Insider, die ich nicht verstehe. Ja, dann muss man mit auf einen Clubabend kommen. Ja, was soll das, Gimli? Du hast es dreimal ausgesetzt. Das kann man nicht bringen. Dann werden die letztendlich schon ein bisschen zu gay. Ja, trotzdem, du kannst nicht einfach sagen, ja, ich komme nicht. Wir sind eine... In unserer Verfassung des Clubes steht, du musst einmal alle zwölf Tage kommen. Du hast eine Anwesenheitspflicht. Du kannst nicht einfach nicht kommen. Das kannst du nicht bringen. Was soll unser... Das waren die Vorgesetzten, Max. Das wollte ich auch... Ja, da kriegen wir keine Fördergelder mehr. Für den Clubabend, falls wir irgendwie Organisationen... Also falls wir so Veranstaltungen starten wollen. Clubabend... Treffen Road. Ja, Clubabend-On-Air-Tour. In Deutschland. Die Clubabend-Tour. Ey, die müssen eine Tour machen. Die Clubabend-Tour. Die Clubabend-Tour. Gerade Censusberneuer. Das這個是 in Deutschland.